Freitagmorgen, 6.09 Uhr, guten Tag miteinander. Viele Jahre ist die Jugend vom Zürich Oberland mit Skateboards oder Inlines in den Factory zu dürfen. Dann ist die Fäge zugegangen und ein neuer Standort ist gesucht worden und auch gefunden worden. Am nächsten Weekend ist die grosse Eröffnung der Mitinitiat Stefan Baiker. Der Skatepark in Wetzig ist der grösste im ganzen Zürcher Oberland und hat über 1300 Quadratmeter und ist so ausgelegt, dass Scooter, Inlineskaters und Skateboarders dort fahren können. Stefan Baiker ist der Autor der Kinderbuchreihe «Der Geisterkickboarder». Zu dieser Figur kam er eigentlich per Zufall, als er seinen Jungs am Abend bei Miss Becka mal eine Geschichte erzählen musste. Mittlerweile gibt es schon sechs Bände von diesem Geisterkickboarder. Und das, was jetzt passiert, hat er quasi unbewusst im allerersten Band im Jahr 2015 schon geschrieben. Es hat auch noch eine romantische Note, weil im Buch 1 hat es eine Geschichte gegeben, wo der Geisterkickboarder nach dem Lösen eines Falles von einer Bank eine Million Franken bekommen hat und weil er konsequent nie etwas annimmt von Wert, hat er die Million Franken der Stadt gespendet und die hat nachher einen Skatepark eröffnet. Und jetzt hat sich praktisch das fast verwirklicht nach ein paar Jahren. Mit viel Herzblut und auch Frohendienst ist der Skatepark in den letzten Monaten entstanden. Am Sonntag in einer Woche, grosser Tag der offenen Tür. Was kann man dort also erleben? Nochmal der Stefan Baiker. Einerseits haben wir Schaufahrer, dann geht es darum, dass man einfach mal den Skatepark erleben kann. Dann gibt es noch einen Wettbewerb. Ja, und es ist eigentlich so gedacht, dass die Kinder einfach mal kostenlos kommen können und schauen, was man dort alles machen kann. Alle Infos dazu auf www.gkb-skatepark.ch Zürichsee, morgen schon. Radio Zürichsee!